Ein Schuh, der für die schwierigsten Untergründe konzipiert wurde und nur eine einzige Aufgabe hat. Dich über jedes Gelände zu bringen und dir trotzdem dabei gleichzeitig das Maximum an Geschwindigkeit und Flexibilität zu bieten. Doch kann er das wirklich? Und hat er nicht doch einige Schwächen? Das schauen wir uns alles heute an beim Test des Salomon Speedcross 5. Wie immer starten wir kurz mit den harten Fakten. Der Salomon Speedcross 5 wurde vom Aufbau her sehr klassisch gestaltet. Da Salomon die Sohlen für ihre Schuhe selbst produziert und entwickelt, kommt hier kein etabliertes Bibramaterial zum Einsatz, sondern ihre eigene Contagrip-Sohle. Die ist in diesem Fall ein Mischgummi, also haben wir hier dichte und weniger dichte Gummistrukturen gemischt, was quasi das Mittelding zwischen hoher Robustheit und schnellem Verschleiß darstellen soll. Direkt ins Auge springt natürlich diese verrückte Sohle. Die hat nämlich denselben Stollenaufbau, wie man das eigentlich nur von Fußballschulen kennt. Und tatsächlich könnte das ein Fußballschuh sein, wenn die Sohle nicht aus mittelweichem Gummi wäre. Und wie auch beim Fußballschuh haben die Stollen den Sinn, dass man bei weichem Untergrund nicht die Haftung verliert. Auch dazu komme ich gleich nochmal in der Praxis. Das SensiFit-System, ebenfalls aus dem Hause Salomon stammend, soll den Schuh wie eine Socke um den Fuß gestalten und sorgt damit für eine gute Passform. Wo diese Idee an ihre Grenzen stößt, dazu komme ich gleich am Techniktisch. Da schauen wir uns dann nämlich auch die Passform genauer an und überlegen uns, was sich Salomon dabei gedacht haben könnte. Grundsätzlich gibt es den Speedcross 5 einmal als GTX-Variante und einmal ohne. Die GTX-Variante, ja, sparen kann man sie sich vielleicht nicht, aber natürlich stößt auch Gore-Tex bei einem Trailrunning-Schuh, der eine gewisse Leichtigkeit und Belüftung mitbringen soll, einfach an technische Grenzen. Somit ist es zwar wasserabweisend, aber Feuchtigkeit zieht eben dann trotzdem ein und wird dann letztlich zu einem kalten Gefühl, wenn die Außentemperaturen niedrig sind. Dass die Schnürung aus einem Quick-Lay-System besteht, das erkennt man gleich auf den ersten Blick. Dieses passt die Schnürung an allen Stellen, wie man es eben kennt, gleichermaßen an. Aber was konnte der Speedcross 5 aus der Geschwindigkeitsschmiede bei Salomon denn letztlich wirklich auf die Straße, oder besser gesagt auf den Trail bringen? Und wie fühlt er sich an? Dazu jetzt mehr im höchstkritischen Hands-On bei Sebastian am Techniktisch. So, und jetzt hier haben wir ihn, den Salomon Speedcross 5 am Techniktisch. Und unser altbewährtes Prinzip, dass wir vorne anfangen und uns nach hinten oben arbeiten, das funktioniert natürlich jetzt nicht so gut, weil, naja, ist halt ein Trail-Running-Schuh und kein Bergschuh. Aber wir probieren trotzdem da mit ein bisschen System dran zu gehen. Der Salomon Speedcross 5 fällt natürlich, wie schon erwähnt, durch diese unglaublich spannende Sohle auf. Und die Sohle, mit der können wir gleich mal anfangen. Wie tut sich die denn so, wenn wir damit unterwegs sind? Auf der Straße eher nicht so gut. Und auf harten Forstwegen tatsächlich auch eher nicht so gut. Und das Problem ist, dass gerade harte Forststraßen oder Forststraßen im Allgemeinen oftmals als Trail deklariert werden, obwohl sie meiner Meinung nach nicht unbedingt einer sind. Und nachdem das hier aber ein Trail-Running-Schuh ist, könnte es sein, dass man so ein paar falsche Assoziationen daraus schließt. Und ich möchte deshalb gar gleich mal vorweg schießen, das ist kein Schuh für eine normale Forststraße oder für klassische Pfade, die vielleicht etwas breiter und hart ausgetreten sind. Wir reden hier vom Profil her von einem Schuh, vor allem fürs Matschige, fürs Rutschige, fürs dreckige Gelände, für diese Trails und Wege, die einfach selten begangen werden oder zumindest einfach in keinem großartigen Zustand sind. Da kann man sagen, da fühlt er sich definitiv wohl. Warum sehe ich da etwas ein Problem an dieser Stollen-Idee? Naja, grundsätzlich ist es natürlich cool, dass wir es schaffen, auch auf richtig ungutem Gelände eine gute Haftung und guten Grip zu finden. Das Problem ist aber, dass wir auch irgendwie in dieses Gelände kommen müssen. Und da haben wir natürlich Zustiege oder eine gewisse Anreise. Und gerade für mich, der ja grundsätzlich in der Trail-Gegend lebt, auch ich laufe gerne zu diesen Trails und zu diesen Strecken, denn ich möchte nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren und dann laufen zu gehen. Ich finde das irgendwie ein bisschen wirr. Und deswegen, ja, laufe ich dann eben auch diese Strecken mit diesem Schuh. Und ich muss sagen, einerseits, ich persönlich leide darunter, also leiden, weil ich es einfach im Laufverhalten merke, er klebt irgendwie ein bisschen am Boden. Man kann das relativ schlecht beschreiben, wenn man es nicht selber spürt, aber man muss sich vorstellen, jedes Mal, wenn man aufsetzt mit dem Schuh, dann hat man ja eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Bewegung, eine gewisse Dynamik im Fuß, während man sich quasi aufkommt und wieder wegstößt. Und während diesem Prozess reiben diese Stollen unten am Boden natürlich relativ fest auf. Und gerade auf hartem Beton fällt das natürlich noch mehr auf. Und man spürt das, man merkt das, man kriegt das Feedback vom Schuh, dass der Halt nicht so ist wie bei einem Laufschuh zum Beispiel, sondern man merkt, da ist eine Bewegung drinnen und man merkt auch die Resistenz bzw. den Widerstand, den diese Stollen erzeugen sollen. Das ist ja im Prinzip ihr ganzer Sinn. Und im Schnee und im Matsch findet das natürlich auch eine großartige Anwendung. Am Asphalt ist es, ja, es ist nicht riesig störend, aber es ist natürlich was Ungewohntes und es fühlt sich einfach komisch an. Also ich persönlich habe am Asphalt keine guten Erfahrungen damit gemacht. Und der nächste Punkt bei der Sohle ist natürlich, dass sich diese Stollen relativ bald und relativ schnell mal abnutzen oder Abnutzungserscheinungen bekommen. Und da kann ich zum Beispiel hier gerade, ich werde das natürlich dann wieder etwas detaillierter einblenden, davon sprechen, dass wir hier so kleine erste Abnutzungserscheinungen und das halt schon nach 50 Kilometern haben. Das ist natürlich nichts Gravierendes und diese Stollen sind immer noch sehr, sehr tief. Und das ist wirklich ein Schuh, der für längere Zeit konzipiert wurde. Aber naja, also es ist schon etwas bedenklich, wenn man Abnutzungserscheinungen bei einem Laufschuh oder Trailrunning Schuh nach 50 Einsatzkilometern sieht. Man kann aber ganz deutlich sagen, dass er definitiv im Trailgelände deutlich länger überleben wird, als wenn man ihn einfach trotzdem unter Anführungszeichen rücksichtslos auch auf der Straße verwendet. Aber wie gesagt, ehrlicherweise praktikabel ist das nicht. Was die Klebung der Sohle betrifft, muss ich sagen, kann ich überhaupt nichts meckern. Also das ist kein Las Portiva Schuh, das ist ein Salomon Schuh, der klebt überall. Hier haben wir keine Kleberreste. Wir sehen auch nicht, dass sich der Kleber großartig irgendwo lösen würde. Ich befürchte aber, dass das bald einmal passieren wird. Also nicht jetzt bald einmal, sondern dass es nicht lange dauert, bis der Schuh erste Abnutzungserscheinungen hier im Kleber hat. Ich erkläre auch warum. Ich glaube, oder es ist definitiv Tatsache, dass wir durch die staubige Gegend, wenn wir in trockenen Trails unterwegs sind, deutlich mehr Staub hier einzieht und die ganze Sohle inklusive Kleber relativ viel schneller austrocknet als bei einem klassischen Laufschuh. Nachdem hier aber ein ganz normaler Sohlenkleber, Gummikleber verwendet worden ist, kann es sein, dass die Sohle nicht so lang hält wie bei einem Laufschuh. Also 500 Kilometer gebe ich ihm grundsätzlich schon, aber ich glaube, dass er relativ, wenn man diese 500 Kilometer jetzt über 2, 3, 4 Jahre strecken würde, zum Beispiel, dann glaube ich, dass der Gummi sich hier verabschieden würde. Und hier sieht man auch gerade am Ansatz, dass der Gummi natürlich nicht so festgeklebt ist und nicht so stabil hält. Und ich glaube, dass das erste Ansätze sind, wo der Staub einzieht und dann dementsprechend den Kleber austrocknet und auflöst. Das sehe ich als ein kleines Problem. Gut, wir haben uns jetzt aber genug mit der Sohle beschäftigt. Die Sohle natürlich absolut außergewöhnlich, aber sie funktioniert wirklich, wirklich gut. Also im Schnee, ich war absolut zufrieden und wirklich begeistert. Thema Quick Lace. Das ist ein, ja, ein Für und Wider hat das Ganze so ein bisschen. Also ich persönlich bin ein Fan von Quick Lace, wenn es gut funktioniert. Und ich könnte jetzt hier nicht behaupten, dass es nicht gut funktioniert. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Schuhe gehabt, bei denen das Quick Lace nach kürzester Zeit einfach abgerissen ist. Und da bin ich natürlich dann sauer. Und das kann mir mit einem klassischen Schnürer, den ich binde, einfach nicht passieren. Und vor allen Dingen habe ich den Vorteil, wenn es passieren sollte, dann wechsle ich die Schnürbände einfach ganz schnell und einfach aus. Und das alles ist bei einem Quick Lace System natürlich nicht gegeben. Bei dem funktioniert es aber sehr, sehr gut. Also insofern kann ich nichts dagegen sagen. Ich bin zufrieden gewesen. Es ist sehr, sehr fein einstellbar. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Quick Lace, weil man neigt dazu, dass man es relativ schnell etwas zu fest zuzieht. Und dann hat man natürlich das Problem, dass die Durchblutung vom Fuß nicht mehr so gegeben ist. Aber grundsätzlich kann man, das ist halt ein Anwenderfehler von mir, aber grundsätzlich funktioniert das Quick Lace System wunderbar. Und er ist auch wirklich auf sehr, sehr enge, auf sehr, sehr enge Weise einstellbar. Also man kann den wirklich ordentlich zuziehen. Das Schöne am Quick Lace hier beim Speed Cross 5, mein Gott, ist, dass man das ganze Restmaterial dann hier zwischen der Zunge und so einer kleinen zusätzlichen Lasche hier einfach einstopfen kann. Dann stört das trotzdem nicht, denn da ist genug Platz dazwischen. Und das Problem ist nämlich, wenn dieses Quick Lace System rauskommt, dann macht es beim Laufen die ganze Zeit das hier. Furchtbar nervig. Also spätestens nach 15 Kilometer möchte man den Schuh wegschmeißen. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank diese tolle Tasche. Tasche nicht ganz. Kann schon sein, dass es auch rausfällt, aber grundsätzlich hält es da drin ganz gut. Finde ich nett gelöst und toll, dass man das bei Quick Lace dann auch mit bedenkt. Wahnsinnig schön. Was das Innenleben betrifft, haben wir eine Otto-Vox, äh, Otto-Vox sag ich schon, eine Otto-Light klassische Sohle. Äh, Innensohle würde ich einfach rausnehmen, wenn ihr Einlagen braucht zum Beispiel. Oder wenn ihr auch spezielle Sportsohlen mit einem etwas erhöhten Mittelfuß oder sowas braucht. Kann man ganz problemlos machen. Die geht einfach ganz leicht raus und wieder rein. Bezüglich der Gore-Tex-Beschichtung, da müsste ich jetzt nochmal etwas ins Detail gehen. Kleiner Gore-Tex-Grundkurs bei Trailrunning-Schuhen. Trailrunning-Schuhe gibt es mit GTX, also mit der GTX-Version, Gore-Tex. Das Problem ist nur leider, dass Belüftung und Gore-Tex sich immer so ein bisschen widersprechen. Deswegen verbaut man die GTX-Membran normalerweise nicht über dem ganzen Schuh und über dem ganzen Schuh nicht gleichermaßen. Was hat das denn für eine Konsequenz bei diesem Schuh? Naja, wir haben eine relativ dicke Zunge, das bedeutet die Feuchtigkeit, wenn wir durch den Schnee laufen. Da macht übrigens das Gore-Tex tatsächlich Sinn. Die dringt über die Zunge definitiv nicht ein, beziehungsweise so langsam ein, dass ich es selber nicht mitbekommen hätte. Auf den Seiten ist er absolut wasserdicht. Also da bin ich, ich bin viel im Schnee gelaufen, um ihn wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und ich muss sagen, Chapeau, das kann er wirklich gut. Einziges Problem ist hier vorne. Hier vorne hat man die Belüftung optimiert und gut, fairerweise muss man sagen, dass es dann natürlich nicht möglich ist für Gore-Tex hier eine ordentliche Membran drüber zu bügeln. Und insofern, naja, es funktioniert nicht, sage ich so ehrlich und hart, wie es nun mal ist. Es zieht die Feuchtigkeit ein und dann wird es kalt. Aber alles in allem, gerade wenn man jetzt nicht wirklich im metertiefen Schnee versinkt, funktioniert die Idee und die Konstruktion schon relativ gut. Also wenn man quasi so die 5 cm in den Schnee einsinkt, in diesen matschigen Schnee im Frühling, dann funktioniert das wunderbar und man hat trockene Füße. Was will man mehr bezüglich der Ferse? Ich habe mir das Ganze einmal im Mittelfußlauf angeschaut. Also das ist grundsätzlich die Technik, mit der ich immer laufe. Also ich trete immer so im Prinzip auf und nie so. Es gibt viele Fersenläufer und das weiß ich, aber gerade wenn man beim Trailrunning anfängt, gewöhnt man sich eh relativ schnell an, eher am Vorfuß oder am Mittelfuß zu laufen. Ich laufe meistens Vorfuß bis Mittelfuß. Ich habe mir aber auch angeschaut, wie er das Ganze mit der Ferse macht. Für mich persönlich im Trail okay, was den Fersenlauf betrifft, auf dem Asphalt viel zu wenig Dämpfung. Da bin ich auch ein bisschen verwöhnt, weil ich eben Laufschuhe verwende. Aber im Fersenlauf ist der am Asphalt eine Katastrophe, weil er dafür einfach nicht konzipiert wurde, weil die Dämpfung dafür zu hart ist und das ist alles vollkommen nachvollziehbar. Und deswegen ist das in Ordnung, obwohl er relativ viel Dämpfung verbaut hat. Insofern könnte man aber sagen, man kann Pfade und klassische Trails bergab durchaus auch über den Fersenlauf managen und wird dadurch nicht größere Probleme kriegen als mit einem klassischen Laufschuh am Asphalt. Ich persönlich halte von Fersenlauf aber gar nichts, egal welche Steigung, egal welcher Untergrund. Deswegen spreche ich mich gar nicht dafür aus, dass man den mit Fersenlauf verwendet, weil ich bin der Meinung, dass man gar keinen Schuh im Fersenlauf verwenden sollte. Fersenlauf ist etwas unglaublich Unnatürliches und deswegen, ich bin der Meinung, man sollte sich das so schnell wie möglich abgewöhnen und auf eine gesündere Lauftechnik umsteigen. Einfach weil es für die Knie und für die Hüfte und für die Wirbelsäule einfach besser ist. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich, ich empfehle es hier vorne aufzutreten, weil einfach der hintere Bereich zwar gut gedämpft ist, aber er ist halt nicht perfekt gedämpft, es ist halt kein richtiger Laufschuh. Er macht aber trotzdem einen relativ guten Job dafür, dass er eben keine großartige Dämpfung hat. Er hat diesen Bereich, der sich so ein bisschen runterzieht, aber man muss überlegen, dass man hier schon steht. Die Nase hier finde ich etwas störend, aber ich finde, sie geht eigentlich noch. Das ist leider ein Unding, dass jetzt in der Entwicklung von Laufschuhen auch immer mehr wird, mittlerweile sogar bei Bergschuhen. Und dass man hier hinten diese zusätzliche Hacke nochmal hat, damit man noch gedämpfter auftreten kann. Lass das einfach weg. Macht wieder vernünftige Schuhe, die nicht... Das ist einfach... Das fördert nur schlechte Lauftechnik und ja, naja, gut. Alles in allem muss ich aber sagen, dass ich mit dem Speedcross 5 relativ zufrieden war. Wenn da nicht die Passform wäre. Die Passform ist natürlich wieder ein super individuelles Thema. Großer Disclaimer, natürlich. Euch kann der Schuh perfekt passen. Mir passt er eben nicht perfekt. Ich erkläre euch auch warum. Wenn wir uns den Schuh von oben nämlich anschauen, sehen wir, dass wir einen relativ schmalen Einstieg haben. Wir haben dann am Mittelfuß ebenfalls, das sieht man an der Sohle etwas besser, ebenfalls nochmal eine sehr, sehr schmale Passage. Und dann wird er vorne etwas breiter, sieht man auch wieder an der Sohle relativ gut, wird er wieder etwas breiter, aber so richtig riesig breit wird er eben nicht. Ich würde ihn als folgendermaßen beschreiben. Er ist im Einstieg normal breit, wird dann relativ schmal und wird dann vorne normal breit. Es ist kein Schuh für breite Füße. Und er macht so ein bisschen was ähnliches wie der Lasportiva Bushido, zu dem kommen wir bald einmal. Da haben wir ein ähnliches Problem, hinten schmal, vorne breit. Für mich wäre das ein guter Schuh, hinten schmal, vorne breit. Aber in dem Fall eben nicht, weil er in der Mitte tatsächlich etwas zu schmal wird und er geht einfach nicht auseinander, sondern er ist zuerst breit, läuft wieder schmal zusammen und wird dann wieder breit. Aber so richtig breit ist er an keiner einzigen Stelle. Das bedeutet, ja, wenn ihr einen richtig breiten Fuß habt, von vorn bis hinten, das wird nichts mit dem Schuh. Das wird nichts. Wenn ihr einen schmalen Fuß hingegen habt, dann werdet ihr trotzdem eure Freude mit dem Speedcross 5 haben, denn ihr könnt durch das Quicklase-System den Schuh wirklich weit komprimieren in der Schnürung und dann fühlt er sich wirklich an wie ein Socken. Also ihr seht das, hier können wir echt viel anziehen. Ihr müsst halt dann viel Material in der Lasche verstauen, aber grundsätzlich könnt ihr bis hier nach vor, also bis hier nach vor, den Schuh deutlich, deutlich verschmälern. Hier vorne bleibt er dann relativ breit. Zum Thema Länge muss ich übrigens sagen, Größe 42 habe ich ihn jetzt und ich habe auch andere Laufschuhe in Größe 42. Den würde ich mir nicht mehr in 42 kaufen, den würde ich mir wahrscheinlich eine halbe Nummer größer kaufen, Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil er vorne relativ spitz zuläuft und nicht so schön breit bleibt und dann einfach gerade abschließt vorne, sondern so ein bisschen kahnförmig geht er vorne zusammen und da sehe ich einfach so ein bisschen das Problem. Er ist zwar wahrscheinlich von der längsten, von der vordersten Stelle bis zur hintersten Stelle, ist er wahrscheinlich eine 42, aber wir haben ja Füße, die rechts, also an der großen Zehe, die meisten Leute haben da ja die längste Zehe und dementsprechend ist es für uns relevant, dass er hier, also das ist ja jetzt der linke Fuß, deswegen, dass er hier möglichst lange ist und hier die 42 hat und nicht hier. Das haben sie halt hier etwas verbockt, weil hier ist er jetzt dann schon etwas zu früh abgerundet, das hätte man designtechnisch etwas besser machen können. Deswegen halbe Nummer größer und es gibt überhaupt kein Problem mehr. Zu lange wird er dadurch nämlich eigentlich nicht. Und alle, die die zweite Zehe als die längste Zehe haben, die werden mit der Größe dann dementsprechend auch zufriedener sein, wenn sie ihn einfach eine halbe Nummer größer probieren. Aber einfach ausprobieren, aber gleich mal als Tipp, wenn ihr euch den bestellen wollt, dann bestellt ihn euch vielleicht gleich mal in eurer Größe und eine halbe Nummer größer. So, Pass von Gore-Tex, Sohle, alles gesagt, würde ich sagen. Ordentlicher Schuh, aber jetzt wieder zurück zum Einsatzzweck. Kommen wir wie immer jetzt zum Einsatzgebiet. Der Salomon Speedcross 5 sollte auf vielen Untergründen besser keinen Einsatz finden. Auf Betonen, auf niedergefahrenen Forststraßen und auf der Laufstrecke. Denn dafür ist er nicht konzipiert worden und im Tragekomfort merkt man ihm das einfach an. Das soll nicht heißen, dass er auf diesen Untergründen nicht funktioniert. Es soll in erster Linie heißen, dass es ungefähr tausend andere Schuhe gibt, die das auf diese Untergründe einfach besser und komfortabler gestalten können. Und warum sollte man nicht den bestmöglichen Schuh dafür nehmen? Dafür ist er aber in anderen Punkten umso stärker. Im Matsch hält er unfassbar gut, im Schnee hält er unfassbar gut, ja, selbst im hartgefrorenen Schnee und Firnigen hält er unfassbar gut. Und mit unfassbar gut sollte vor allem gemeint sein, dass es keinen Schuh meines Wissens am Markt gibt, der den Grip so gut auf die matschigen und rutschigen Untergründe bringen kann. Fazit, wie am Techniktisch schon erwähnt, sind die ersten Kilometer mit dem Schuh schwierig. Es fühlt sich erst alles nach Schuh an, aber gerade wenn man immer wieder zwischen Schuharten wechselt, merkt man erst, wie schwierig schnelles und dynamisches Laufen mit dem Speedcross 5 eigentlich ist. Interessanterweise kommt man aber wirklich schnell rein und hat relativ schnell herausgefunden, welche Schritte, welche Laufstile, welche Spielereien mit dem Schuh gut gehen und welche nicht. Sein Einsatzgebiet bei Regen im Wald, im moorigen Gebiet, im Schnee, das hat er einfach drauf und da ist das Laufen einfach viel, viel leichter als mit anderen Schuhen. Mit anderen Schuhen ist dafür das Laufen auf anderen Untergründen deutlich leichter. Bleibt die Frage, lohnt sich der Salomon Speedcross 5 für dich? Das kommt auf dein Vorhaben und dein Training an. Wenn du bei jedem Wetter im Wald trainierst, Trails und mittelmäßige bis schlechte Pfade läufst, dann ja. Vor allem, wenn du auf diesen Wegen die gleiche Traktion und die gleiche Sicherheit wie mit anderen Schuhen am Asphalt haben willst. Bist du ein Forststraßenläufer und Schönwetterläufer oder gar Straßenläufer, dann kann ich den Schuh nicht empfehlen. Durch die EVA-Zwischensohle und die relativ gute Dämpfung ist er zwar nicht katastrophal ungeeignet, aber wie gesagt, es gibt halt bessere. Wenn euch mein heutiges Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Abo am Kanal. Danke immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wie immer. Berghall.